Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir auch schon wieder zurück bei Oben und Transporteiguten. Und wir waren stehen geblieben hier bei Langfeld und Bielebach. Hier hatten wir ja noch einen Passagierzug. Und wir nähern uns so langsam der 2 Millionen Mark Grenze. Zunächst bauen wir hier einfach nochmal eine Bushaltestelle. Bielebach Zentral heißt die. Und das verbinden wir mit Langenfeld. Moment. So. Ja. Und Abderführung. Und wo wir gerade dabei sind, kriegt Bad Bremen dann auch noch einen Anschluss an das Netz. Ganz unkompliziert. Ach, haben wir schon gebaut, die Station. So. Ach ja, Innsdorf und kleinen Klopp Münster. Haben wir auch noch im Angebot. Das werden wir natürlich auch sofort bauen. Also ich hoffe mal, dass es bald hier einen neuen Bus gibt. Wo mehr Passagiere reinpassen. Und der auch ein bisschen schneller fährt. Das wäre wunderbar. Und natürlich Innsdorf und Quedlinbrück auch noch verbinden. Was? Neue Fabrik? Ja, nein. Oranienfeld. Okay. So. Verzeihung. Ja, hier unser Zug. Und wieder eine Subvention mehr. Ach, hier unten. Bohnen, welche haben wir eine Verbindung. Eine Ölrafenerie in der Nähe von Fulda. Subventionsangebot. Han Münster nach Paderwald. Jo. Ich denke, die nehmen wir uns. Und da gibt es auch eine neue Lok. Reicht das hier schon für eine Lok, die Strecke? Na gut, wir haben es ja mittlerweile. Wir haben jetzt die 2 Millionen geknackt. Ich denke, da sollten wir dann auch nicht mehr so geizig sein. Und das heißt, wir können uns hier locker eine Passagierlinie leisten per Zug. Halt, jetzt ist hier wieder der Wald etwas im Weg. Das heißt, ich sehe das jetzt nicht so ganz. Ach so. Ah. So. Passt, dass hier eine Station reicht. Ich denke, da bleiben wir jetzt einfach mal hier bei den schnellen Zügen. Wollte ich einfach mal sagen. Und ab dafür die nächste Subvention. Ich glaube, die haben wir schon, so wie es aussieht. Ja. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Hier unten hatten wir doch... ...unsere Passagierstrecke. Wo allerdings nichts drin wartet. Hm, okay. Wo ist denn unser Passagierzug dazu? Hier. Fährt er. Dem werden wir mal was Kleines gönnen. Weil wir mittlerweile Geld fasst im Überfluss. Und da werden wir dem ja mal eine bessere Ausstattung geben. Wir bauen hier so einen VT11, auch bekannt als TEE-Zug. Kennt der ein oder andere vielleicht. Postlagen schmeißen wir raus hier. Moment. Fernverkehr, ja. So, und da haben wir jetzt einen schnelleren Zug. Der wartet jetzt hier brav an der Begegnungsstelle. Sehr gut. So läuft das. Und dann halt Heidelberg und Rosshorst. Die verbinden wir jetzt einfach mal hier auf die Schnelle. Nicht abreißen, sondern verbinden. Passt das so? So, genau. Ja, das war's auch. Ups. Und da ist die Subvention unserer. Sehr rot. Wieder eine mehr. Wieder eine mehr. Das läuft. Also jetzt die schwierigste Phase haben wir erst mal geschafft. Jetzt kommt hier konstant Geld bei uns in die Kasse. Jetzt geht's eigentlich nur noch um die Details, sag ich mal. Mal schauen. Was wäre da das Öl? Da gibt's zweimal Öl. Und hier ist eine Raffinerie bei Fulda. Ich denke, das sollte man machen. Da gibt's auch Holz, dort hinten. Ich denke, das sollte man gleich ausnutzen und hier in der Doppelstrecke bauen. Ist jedenfalls meine Meinung dazu. Ich denke, er würde mir da einfach zustimmen. Ich denke, da ist ein Stahlwelsberg und da oben ist auch einer. Aber wir wollen jetzt erst mal schnell diese Subvention hier, weil die liegt ja fast auf der Hand. Hm, wo bauen wir denn hier unsere Haltestelle dort unten? Da wird uns leider nichts anderes übrig bleiben. Und ab dafür und jetzt wieder hier unten zu unserer Baustelle. Ich denke, wir werden dann gleich hier oben noch das Stahlwelsberg mit anbinden. Dann haben wir nämlich ein paar Züge dort unterwegs. Das wird dann auch sehr interessant, sag ich mal so. Und dann schauen wir mal. So, okay. Die Brücke brauchen wir jetzt. Ach Quatsch, Brücke. Ich meine, so eine Rampe an der Küste und jetzt einfach hier oben eine Doppelstation ran. Im Fuldatal heißt die. Und dann verbinden wir das einfach mal hier. Na. Jetzt. Das ist auch ganz nett, wenn dann auf der Strecke mehrere Züge fahren. Das ist dann auch nicht so langweilig. Und eine Bank. Haben wir dort gekriegt. Ja, da werden Wettsachen transportiert und man kann halt nur Bank zu Bank machen. So eine Art Warenaustausch, sag ich mal. Und ich glaube, das reißt mal weg hier. Das brauchen wir nicht. Und da gibt es spezielle Sicherheitswagen für diesen Warenaustausch. So, und der. Jetzt haben wir es hier leicht, weil hier geht es ja eigentlich nur gerade. Ja, genau. Hoffentlich passt das. Ja. Glück gehabt. Der Wald war dort hinten, den wollten wir ja verbinden. So, Öl. Da haben wir 80. 80. 80. So, und wieder hin und her. Und los damit. Und jetzt hier oben das verbinden. Steinbrücken, Grafenshorst. Ja, holen wir uns. Würde ich Ihnen nochmal vorschlagen. Ja, wenn ihr einfach auch Ideen habt, was wir hier bauen könnten, dann schreibt das doch einfach unten in die Kommentare rein. Vielleicht können wir da was machen. Ich meine solche komplexen Streckennetze, wie das die Leute auf den Servern machen, bei dem Coop-Server, werden wir ja sicher nicht hinkriegen. Aber ich sage mal, bestimmte Sachen werden sicher möglich sein. Und jetzt hier oben diese Anbindung, die baue ich so hier, wie so eine Art Autobahn-Dreieck, sage ich mal. Mit einer Ausfädelspur. Dann hier ein bisschen eine Kurve. Das sieht halt aus wie ein Autobahn-Dreieck, so ein bisschen. Und weil hier bloß ein Zug fährt, reicht hier auch ein Signal in die Richtung. Mir ist aufgefallen, dass der Ertrag lag im Minus. Na gut, das ist irgendein Bus, wo kaum Leute mitfahren. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. So, Eisenerz müssen wir hier transportieren. Ich glaube, der ist schon darauf auf umgerüstet. Ja, das heißt, es kann sofort losgehen hier auf der Strecke. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den Wald hier hinten verbinden. Ich denke, genau so. Da ist sogar ein Kraftwerk in der Nähe. Ist das unser erster Zug mit Holz? Ich glaube schon, ne? Was sieht ganz danach aus? Schon wieder ein Subventionsangebot? Nö, das hole ich mir jetzt nicht. Ach. Wir werden jetzt einfach hier unten erstmal fertig bauen. Nicht so ganz nah an der Stadt. Oh, es ist ja mal fast schon zu weit. Und hier werden wir einfach wieder so einen Abzweig bauen. Und das reicht dann auch zu an der Stelle. Na gut, ein bisschen Schlangenlinien hier. Aber macht ja nichts. So, jetzt bauen wir mal wieder unsere Lok. Holz. 125 Tonnen kann der beladen. Das ist schon viel. Und den schicken wir jetzt einfach hier immer hin und her. Magdeburg-Eisenbeerz bergwärten. Macht die Hütte dicht. Okay, nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Es kann irgendwann sein, dass es Gewerbe betrifft, wo wir hinfahren. Und da haben wir dann einfach leider Pech gehabt. Da müssen wir dann einfach das entsprechend zurückbauen. Ich stelle einfach mal die Bäume wieder ein. Die hatten wir ja deaktiviert gehabt vorhin. Ach, Mist. Da wollte ich doch gar nicht hin. Sondern ich wollte hier unten hin. Das Depot steht ein bisschen blöd. Das ändere ich einfach nochmal fix. Ach, da ist ein Zug drin. Habe ich den noch gar nicht abgeschickt. Oh, wie peinlich. Sehr peinlich ist das. So, jetzt. Wollen wir da einfach entlang. Ja, das passt. Ja. Ein Signal dahin. Und dann noch das Depot. Und dann können wir hier noch mehr Öl hin und her transportieren. Oh, das war ein Waggon zu viel. Bei 3er Bahnhof-Länge können der Zug maximal sechs Waggons lang sein. Mit Zug-Lok natürlich. So, und ab dafür. Jetzt haben wir hier unsere kleine Strecke gebaut. Ist Ingolz Münster immer noch so schlecht drauf? Ja. Blöd. Blöd, aber können wir jetzt im Moment nicht ändern. Bei Fürstendorf geht es auch nicht so voran mit der Entwicklung. Offenheim findet uns sehr schlecht. Aber eventuell reicht das schon für einen Bahnhof. Ne, immer noch nicht. Gucken wir mal hin bei den Orten mit Bank. Es sind erst drei Stück. Ich bezweifle, dass wir die miteinander schon anketteln können. Also sprich auf Deutsch verbinden. Oh, jetzt haben die Gegner schon einen Flughafen hingebaut. Da wollten wir doch einen Flughafen hinstellen. Die Gegner, die machen hier mittlerweile richtig Kohle. Eine Million im Plus, das gefällt mir jetzt nicht so. Und wir hatten... Na, da können wir nicht ganz mithalten. Hier unten ist noch eine Bank. Und da ist eine Bank. Man könnte das höchstens jetzt mit einem Personentransport kombinieren. Aber wir bauen stattdessen einfach mal unsere erste Schiffslinie. Schlage ich vor. Und ja... Quedlin fort nach Erlangen, nach Bad Gera und dann immer so im Kreis, hin und her. Subventionsangebot, nö. Aber wir bauen hier noch die Verbindung hin. Noch ganz fix. Mit einer schönen, überteuerten Auslegerbrücke. Warum ich das jetzt baue, ist mir vollkommen unklar. Die blöden Bäume. Das behindert jetzt hier ein bisschen den Blick auf die Strecke. Vielleicht hätten wir ja doch Wüste spielen sollen. Das gibt es ja nämlich auch. Es gibt Wüste, tropisches Klima, eine Winterlandschaft in den Bergen und dann gibt es noch eine Art Spielzeugland. Ich glaube, es gab irgendwie in einer anderen Version noch, wie sagt man, Marslandschaft. Und ja, der Bus fällt jetzt hier nach Schweinenwald und dann nach Heidelmünster. Und ja, ich verabschiede mich dann erst mal bei euch. Tschüss, bis zur nächsten Folge.